Wir stellen vor Coppler. Ausgedruckte Papierpläne und ineffiziente Terminplanung auf der Baustelle gehören nun der Vergangenheit an. Mit Coppler kann auf Personalausfälle, Materialengpässe oder sonstige Störungen sofort reagiert und der Bauablauf in Echtzeit angepasst werden. Ah, die Dämmung wird erst nächste Woche geliefert. Kein Problem. Mit nur einem Klick ist der gesamte Terminplan angepasst und alle Gewerke werden per Benachrichtigung automatisch über die Änderungen informiert. Über eine intuitive Baustellen-App teilen alle Gewerke jederzeit ihren aktuellen Fortschritt mit und ermöglichen damit eine smarte Steuerung, die in Echtzeit Optimierungen im Bauprozess vorschlägt. Egal ob Hoch- oder Tiefbau, Mehrfamilienhaus oder Megaprojekt, Coppler bietet passende Module und kann über die Import- und Exportfunktion nahtlos in dein Projekt eingebunden werden. Und über die Zeitreisefunktion können alle Änderungen im Prozess jederzeit nachvollzogen werden. Und das Beste? Erfahrene Bauprofis helfen dir bei der Erstellung deines Projektes und dienen dir als Ansprechpartner über die gesamte Dauer. Mit Coppler schaffst du es, die erwartete Bauzeit um bis zu 20 Prozent zu unterschreiten und deine Marge erheblich zu steigern. So geht Baustelle heute. Kontaktiere uns für eine Demo und finde heraus, wie auch du mit Coppler deine Baustelle optimieren kannst.